Jetzt macht der Stefan mal seinen ersten Versuch. Heute ist Mittwoch, der 18. Silvio ist auch da. Mal gucken, was er so treibt. So, Stefan sein erster Alleinflug, guck, wo die abgeht. Ein Rock-Head. Da kommt sie ja schon, die Oskar Golf. Ein bisschen tief ist er, aber das wird er gleich merken. So, Stefan, das wird der erste Platzrunde alleine mit dem Oskar Golf. Bis jetzt sieht alles gut aus. Jawohl. Jo, da brauchst du nicht so festbremsen. Der hat so gedampft. Jetzt wird der Akku leer. So, da kommt er jetzt ganz stolz. Wollen wir mal eine schöne Landung, Stefan. Siehst du? Und das holst du jetzt auch hinter dir. Hey. Guck mal, wie er grenzt. Okay. Also. Wie macht man doch? Gut war's. Ich schaffe es nicht, oder? Ein ganzes Bullshitpack ist nicht zurecht, oder? Ja, aber das schaffe ich es auch nicht. Die sind halt so böse. Die sind zu happy. Zack, weg war er. Jetzt hat er uns gesehen. So, abwechseln wir was anderes. Das ist eine Frechheit. Ich schmeiße dir ganz Brötchen da rein. Die Menschen. Das schaffe ich nicht mehr. Das muss aufweichen wahrscheinlich. Und der Stefan beim Landlebier. Ich habe euch nicht bei Abelleid. Ich habe auch eins. Prost. Prost. Viele gute Landungen. Prost. Warte mal, drehen wir oben hier. Läuft noch. Läuft noch. Stefan, noch einen Meter nach hinten, dann bin ich beide Fisch. Ist die Kamera wasserfest? Ja, dann schmeißen wir noch ein paar Brötchen rein. Dieser Wink hat uns versorgt. Ja. So sind jetzt die Fisch. Hast du noch Akkus reingemacht oder nicht? Nein, aber der holt sich dann wieder im Moment. Das sind jetzt die kleineren Modelle. Die großen sind da draußen. Gut, jetzt ist der ja gleich leer. So, hier drüben steht das Flugzeug. Eingeparkt. Und hier ist noch der schöne Teil hier. Ja. Das hat ja auch was für sich. Richtig, so kann man ein bisschen relaxen. Trinkt sein Landebier. Guckt den bläden Fisch zu. Der größte heißt Roswitha. Ja. Ja. Ja.